Das ist der Igel-Heringhammer. Der Igel-Heringhammer bietet Ihnen zwei Funktionen. Einerseits mit dem Gewicht von 800 Gramm können Sie mit der Schlagseite natürlichen T-Eisenhering oder kleinen Erdnagel einschlagen. Auf der anderen Seite mit seinem speziell geformten Kopf bietet er die Möglichkeit, dass Sie ein T-Eisenhering, ein Erdnageltyp 050 mit 16 mm Durchmesser oder ein Erdnageltyp VG mit 20 mm Durchmesser ziehen können. Dadurch, dass der Kopf eine gewisse Rundung aufweist, haben Sie zudem die Möglichkeit, auch durch das entsprechende Drehen des Kopfes einen Nagel auch rauszuhebeln. Und wenn der wirklich fest sitzt, können Sie den Griff entsprechend anfassen und wirklich kräftig einmal am Griff ziehen. Das heißt, da haben Sie eine deutlich bessere Angriffsfläche. Wie sieht das Ganze aus? Wenn Sie einen eingeschlagenen Nagel haben, nehmen Sie den Heringhammer, setzen den entsprechend hier einmal runter und jetzt können Sie einmal, Sie sehen das hier, nach oben hebeln oder natürlich auch wirklich das Ganze einmal kräftig umfassen und dann den Nagel rausziehen. Das Gleiche funktioniert mit der speziell geformten Schneide, auch für die anderen beiden beschriebenen Erdnagel.